Bier? Das hatte ich nicht erwartet. Da ist irgendwas Sandiges drin. Fühlt sich wie Müsli an. Vögelfutter. Das sind so kleine Bälle. Badezeug. Was ist Müsli? Schon wieder Kaffee. So Steine. Müsli. Etwas zum Essen. Müsli. Takao. Hab keine Idee. Das sind Getreide. Streide. Reis. Müsli oder Müsli. Das riecht irgendwie wie Tee. Ist das was für Tee? Ach, Tee. Das hatte ich nicht erwartet. Das stinkt. Ist voll gut. Besteht das Glas. Öl. Für etwas reinzufüllen. Wasser. Eine kleinere Flasche von Bier. Lavendel. Parfüm. Das riecht voll schön. Ist so rund wie ein Donut. Ist das ein Kuscheltier. Ist ein Kuscheltier. Schönenhals eine Lehne. Wenn man sich zum Beispiel auf eine Matratze setzt, sich dann so anlehnen kann und so. Ein Kissen, das man beim Camping an seinen Kopf hier hinten hin tut. In Kissen, wo man sich einen Hals machen, wenn der Hals weh tut. Nackenkissen. Ah, für Autofahren. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.